Und heute haben wir Ihnen den ersten BMW 5er mit Hybridantrieb mitgebracht. Hier ist das BMW Concept 5 Series Active Hybrid. Die eingesetzte Antriebstechnik ist präzise auf den Charakter der neuen BMW 5er Limousine abgestimmt. Und sie steht für Fahrfreude, für Effizienz und für Innovation. Wir haben hier einen Sechszylinder reinen Benzinmotor mit Twin Turbo Technologie und einen 40 Kilowatt starken Elektromotor. Und genau diese Kombination sorgt für eine extrem spontane dynamische Beschleunigung. Und im Stadtverkehr kann man auf diese Art und Weise auch rein elektrisch fahren. Für dieses Konzeptfahrzeug haben wir zusätzliche energiesparende Lösungen entwickelt. Und ich meine damit das vorausschauende Energiemanagement. Meine Damen und Herren, ich denke eine echte Ingenieursleistung von BMW und sie zeigt einmal mehr wieder, Innovationen sind Teil unserer DNA bei der BMW Group.